hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge halo mit mir dem nico und wir sind jetzt auf dem weg und suchen den kartograf ne scheißdreck machen wir folgen nach dem illuminaten und haben spaß und machen party na jungen was geht und wir haben nicht mal meine schrotze wo ist das für ein fiel erstmal drauf schießen okay es explodiert das ist schon mal gut für die kleinen viecher braucht man nicht so eine bessere waffe einfach mal geht weg von mir keiner will euch das war's noch diese mucke ne geht aber auch auf den fiss so jetzt habe ich gerade wieder was unheilvolles gehört man kann die headshot irgendwie der ist wieder aufgestanden lol was geht ab alter ist ich schießen sogar das haben wir rausgefunden ich bin doch richtig verpeilt ja ich habe glaube ich nur anderthalb wochen kein halo mehr gezockt das verreckt du kacklappen nämlich nervt verreckt fall um und stirbt also stehe ich wieder auf wenn wir uns jungen traust du dich war mal ja faktor neben er getroffen der sind darum sind denn jedes index folgen sind hier freunde und familie wir können diese explodiert abschießen damit jeder der mich hat einfach ab war okay also die pistole ist mega effektiv ist ja mal echt mega vorne und leer ja treffen auch kein stück die kacklappen bevor es irgendwie die muni ausgeht jetzt haben wir uns die hier vor dies auch nicht schlecht gehen oh was sehe ich da was ich da schrotze 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 ne normale waffe so krass wie uneffektiv diese waffe ist der hat eine schrotze nein wo ist die hin nein die waffe ja man ja man ja die schrotze kacklappen boller dich hier weg ist keine chance da ist noch eine schrotze ich kann nur eine aufnehmen dann war das money okay gut dann haben wir jetzt magazin voll zwölf schuss oder sowas kleinen mongo der uns begleitet jeffrey jeffrey ist gestorben eine waffe eine andere hat die weniger money das lachst du so dumm hier dann die haben so komisch ist ein krachfeld um sich umgehabt weg mit dir bist du da wirst dich nicht vor mir verstecken ich finde dich und ich töte dich und die kriege dich aber erstmal finde ich dich hier sind so unnötig er piste du wirst auch explodieren ja sind die wenig angehittet sind dann machen die gleich proben aber wir sind glaube ich falschen weg gelaufen wenn er war da um die ecke laufen können nicht runterfallen es bringt uns eh nichts hier abzuballern die stinken einfach als sie auf der karte war so riesig aus ich weiß jetzt auch nicht muss ich da lang voll verpackt der eingang der war vorher nicht da das könnt ihr mir nicht erzählen ich bin so mega brain afk junge laufe ich eiskalt daran vorbei fällt der momo gleich runter okay das war schon mal hier skill einfach nur skill ich musste gerade im ts noch meinen sound wegdrehen weil john vielleicht noch im ts drin ist und ich einfach aufgenommen habe warum weg mit euch da piste ich war piste hinten die kleine klein sind mir egal alter ernsthaft greife noch nicht mit waffen an die maur mini der mensch auf den ich pinkel er piste ich alter du hast hier die zwei schüsse das ist so krass war leider nicht rum da hinten er hat die zielsucher für ist immer noch op die bringt die bringt einfach immer jungen pass mal auf alter erst mal deine waffe hergeben wie die mich nervt mit ihren verarsch mich nicht da ist noch einer hat er gar nicht mehr auf mit denen ich wollte auch mal eine pause machen so leute ne kacklappen tv mit zombies ich glaube ich muss echt die waffe nehmen weil die einfach praktischer als gegen die ganz vielen kleinen viecher 600 moni war es hat schon praktischer jetzt glaube ich überhaupt nichts bringt wer bringen würde wer ist eine tubewaffe oder sowas money schmerzen und money mach bumm nein ob bin ich blöd habe ich die granate geworfen und jetzt habe ich nicht habe ich nicht gesehen ob sie über die schrotze hingeflogen ist das ist die ja man 16 15 schuss noch mal kacklappen viecher geht weg ist am anfang das ganze team jetzt an den gestorben keine ahnung was hier sie ist alle bluter gewesen bestimmt richtige lappen lappen auch der typ munition ok auf der karte sehen wir immer dass die gegner kommen und spray nugen wir da einfach rein ich glaube an diesen fischern kann man gar nicht sterben weil die einfach so schlechte das was wir testen ja gut ein wenig der mensch machen die jetzt aber da müssen echt viele da sein das ist ja echt traurig weg mit euch da kommen noch mehr na gut die ladung hätte uns womöglich wenig leben gezogen das ist echt viel zu viel lass sie mal töten weg mit dir die waffe trifft natürlich auch richtig gut ne kein übermenschliches fadenkreuz ach da hinten da hinten ist er kacklappen die sicherheitstüren haben sie automatisch versiedelt ich werde die steuerung umgehen um sie zu öffnen ok bleiben sie dicht hinter mir dies ist das erste von zehn portalen zehn stück dann haben wir eine menge spaß vor uns älter das ist die falsche richtung wenn sie mir nicht folgen verlaufen sie sich womöglich ok ich wollte mir eigentlich nur das ding angucken merkwürdig sie haben so schwache waffen mitgebracht um die flut zu bekämpfen trotz der eindämmungsprotokolle was für schwache waffen alter das hat mir nicht so krass gegeben alter lol ja gut wenn mich jetzt eins von alter wiki 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 wuhuuu das hat mir getan also wenn die so krass damage machen wenn die mich überhaupt treffen dann kann das wohl doch problematisch werden da war einer mit einer schrotze am start das gesehen ist die hingefroren wo ist die ich will die haben die muni ich muss sagen die schrotze die ist mega geil ok sollten wir nicht aufmachen die flotte dürfen nicht aus der einrichtung entweichen sie vernichten sonst alles ok die anderen haben aufgemacht wunderbar dann ist ja egal ich will da nicht runter springen ja dann würde ich sterben alles klar dieser moment wenn du merkst dass gegner in jedem verkackten spiel immer mega op sind alter ballert er mir eine rein hey hau auf zu aimbotten hey sie sehen wie der körper nach der flottinfektion genetisch auskulturiert wurde alter da bin ich jetzt in tod reingelaufen der mutierte wird produziert ebenfalls spuren die infektion weiter übertragen glücklich und elegant solange es wird gibt sind die flott wir ok wir haben gerade eben gehört wie die sich fortpflanzen mit einem wirt pilze also parasiten halt also richtige wichser ich war gar nicht mehr auf mit denen wo 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 displacement war sie wecker und Alors was Cool Lär wenn die einfach nur hinterher laufen würden mich angreifen würden das kann natürlich auch sein der Sinn dahinter ja gut den Sinn versteht man eh nicht aber Halo halt oh ich hab ein Snapchat gekriegt ich hab kurz auf mein Handy gelunzt rein da wo wir die alle auf einem Haufen hängen dann ist es eigentlich Leben Leben ja Wuhu komm Junge komm boah ja man der Skiller ist am Stizzle na was willst du von mir kriegst du nicht Kacklappen Alter oh diesmal ist hier was was schönes ein Schildchen na egal die Viecher die gehen wir jetzt echt am Piss vorbei sagt am Arsch meine Fresse wo lang wo lang wo lang Karte da die Forschungsausstattung ist wirklich beeindruckend vielleicht haben sie später 202 zu besichtigen da die Explosionsviecher müssen machen na ich war so klar ich habe mir so gedacht so der muss noch leben der muss 100 pro noch leben das das ist natürlich so mafaka weg mit dir bumm richtig so richtig so pimmelt noch so ein Viech das wir haben jetzt egal komm doch her ja komm nur her Junge hinter mir what alter so weg ganze Sporenträger oder wie ich sie nennen soll Pissviecher einfach so komm dass hier nichts passiert bumm ist keine Überraschung später kommt mit ja du hättest die alle töten sollen weil die hinterher laufen oder sowas rücken juckt kein thema diese geilen bilder an der an der wenden wie damals im kunstunterricht hat es auch noch nichts ausgesehen äh ja da will ich jetzt aber gar nicht diese Richter werden ihre Kampfsysteme verstanden und ich schlage vor sie stocken mindestens auf eine Klasse 12 Rüstung auf ihr Modell wird nur als Klasse 2 eingestuft was für eine solche auf entschuldigen sie mich der Bruch einer Plasma Leitung in Abschnitt 5 524 hat den Energiefluss zu einer das labert der Klasse 12 Rüstung wenn meine Klasse 2 ist wie krank ist denn der shit dann Sturmgewehr Moni Bossraum oder was gibt es ein Halo Bosse ok also wir fahren nach oben Moment es wird schlimmer das hört sich schon mal vielversprechend an nach anderer Ausgänge ne na dann der Kacklappen ist noch da gut mit Fliegeviechern die sind so komisch steht Dinger Ballast aus der Entfernung einmal ab und fertig geil alter los drohen Flutaktivitäten haben einen Defekt in einem Subsystem zur Drohnensteuerung verursacht ich muss das Ersatzsystem reinitialisieren gehen sie schon weiter ich komme nach sobald ich hier fertig bin das ist ein Scherz oder ja mach dir mal wow alter da war sicher ein Viech hinter mir das ist so Anschleichviecher alter richtige Kacklappen ja gut dann verkepp ich mich da mal hier wow hin es sind jetzt doch ein paar mehr alter um what the fuck alter wie viele sind das denn also Leute alles in Ordnung ich bin nicht überfordert oder so nicht zu viele Gegner auf mich zu schießen alter das macht man nicht alles zu stress gibt er stress ich baller den nicht nur die Fresse ich baller die ja sonst vorhin also ich kill dich halt bei dem stand da folgen sie dem Illuminaten zum Index genau den Index suchen wir alles klar ja ich töte dich noch dich tötet ich noch und dich auch fliegen die vier dröhnchen sieht jetzt schon vielversprechend aus ach komm drohen macht ihr mal du 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 ach die haben mich getroffen lol die springen die ja an wie blöd sind die die Alter von wow hinter mir komm schon weg da durch die Luft springen hey das sieht irgendwie lustig aus hier kacklappenwaffe hey lieber nehme ich die hier naja das läuft viel besser na schrotzen money hoppa ne wand ne wand immer gut gut ja was denn laufen oder was Spacken ey die Wächter können die Flut mit ihren Waffen nur kurze Zeit auf zu halten nur Tempel kann uns retten maximale feuerkraft kann uns helfen na gut oder ein haufen verkackter munition keine schrotze keine schrotze normale mg da schwarze 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 money 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 ich bin der money hunter money hunter money boy er hat über einen witz gedacht hundertprozentig ich habe die orientierung verloren da lang da gibt einer ich wurde gerade eben getubt ich glaube den habe ich erwischt am anfang ich gut gemachten black ops 2 schießen zu üben nicht diese töten ja ich bin ein genie die frisse alter der geht voll auf den pissen gut wenn wir schon eine tubewaffe haben dann benutzen wir sie auch so freunde wo seid ihr sie hier ok ich warte jetzt ja ja fertig mit warten ich stampfe euch oh ja in einer ex will der macht so eine kettenreaktion da explodieren sie alle auf einmal bescheuert ist das denn ja wo lang da lang auch kein immer ist der dreck frei flug money für mich ich vergolde jetzt einfach das ist mir jetzt egal so ne da geht es nicht weiter dann haben wir doch den richtigen weg genommen gehabt der falschen seite da hinten achja ja nix ah wieder gegner ne falsch das für fickviecher einfach hierdurch müssen wir werden auf der seite nicht ist dann vielleicht da darunter womöglich ist darunter da war das hinter der wand es ist ein fleck ein einschussloch was denn alter ich warte mal er lebt noch gute dienste leisten wenn die platz die atmosphäre verändern sie sind ein guter planer okay nett gemeint von dem typen bestimmt aber da ist ein wenig komisch so viel ist mir ein wenig zu viel liebe die die mir geben wollen halt lieber tot um damit komme ich besser klar er gibt mir irgendwie so ein gutschein für irgendwas das geht auch klar aber keine keine körperliche liebe bitte stehe ich weniger drauf mich abzuballern kann diesen verkackten spieler nicht rennen oder so alt hätte mir ist einer alter ich muss so was von verrecken das sind so viele so viele weg für den kleinen haben wir jetzt was ach vor dem haben wir schnell keine moni mehr gehen wir dann suchen wir uns etwas dafür dafür dututdutdutdut dutdutdut dutdut dutdut dutdutdut dutdut 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 voll klar eigentlich da hast du dich gesehen oder boah ich dich weggeballert aber das ist die lehre ok muckel gefällt mir halt echt irgendwie tschuldigung könnte laut gewesen sein höre ich mich später noch mal lass das du auch und du auch alter der zweite schuss war knapp gesehen das war das war gezielte sprayen die einrichtung ist gut durchdacht sie ist sicher die einzige möglichkeit die flut auszumerzen nennt sich also die flut fragt sich warum womöglich weil es so viele sind 22 es geht auch und steht dann auf der steht auch bleibt liegen das nachladen an fest manchmal da sind noch mal zwei dass sie alle daneben stehen irgendwie muss man noch erkennen können wir ob die direkt sterben oder nicht oder und so halt was hat das denn jetzt freunde freunde der nacht und dort ist nix da ist noch einer war es echt viele die fresse alter laufe weiter die gute idee interessant ich bin entzückt in dem moment sagt halt wirklich der scheiße der karte ist das wie ich eigentlich ich stehe bestimmt dem illuminat war es der scheiße der illuminat oder ist mehr als ein fisch piste piste ich nach einem nachhinein ich möchte aber nicht mit dem auszufallen ja denke ich mir manchmal auch die viecher an boden gedrückt werden ne ok da lang auf geht's ab geht's drei tage wach spiel den letzten halo drei tage wach drei tage wach ich vermute dass die andere spieler in der einrichtung aufhält für die freisetzung der platz verantwortlich ist sie versucht hatte fleckig in sperrgebiete einzudringen abfisst sich von mir ich bin kein futter fische sind freunde kein uhr jetzt habe ich sechs von den andere seite ok kam ich von da nicht heute her die tüter da unten lang für den fall falls einer um ecke steht jetzt bin ich nämlich hier ok wand ah ganz hinten nur können wir rein sprayen pam 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 ja so ist natürlich op mit der schrotze zu spielen explodier alter da habe ich so ein kleines wiech getötet ne und ich sag vorher noch so ein kleines wiech könnte uns niemals umbringen aber diesmal so bumm so weg und jetzt explodierst du ganz safe und jetzt und jetzt meins ich gerne heute voll oft ich das mal kam keiner runtergeflogen ich wollte aber das ding abballern ja mit den fliegelfiecher da den drohnen da ist es ja pille palle ist ich weg 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 verlaufen aber mal weiter obwohl der könnte einer money fallen lassen gefallen lassen haben da bin ich mir nicht sicher ob ich das vielleicht verpasst hätte so eine drohne ist kaputt gegangen ist mir egal ob da davon das kackle das sprich der mich an hüppel vor aus einer ich lutsche keine schwänze höhne auch als chief nicht alte von wo von wo schrotzen money ja mann dröhnchen ohne tönchen die machen die zzzzzzzzzzzz